sind wir level 14? oh da ist ja auch noch einer, hab ich dann gesehen schade sind besser als unsere waffe immer diese tier töter hier, guck hier liegt ein toller tiger, hier liegt ein toller löwe ein weißer tiger sogar, das gehen wir gar nicht und wir spielen natürlich ja was jetzt das ist scheiße man, das ist richtig scheiße, richtig am arsch, einfach richtig am arsch 3 Leute schauen einfach zu, das ist richtig krank, richtig krank so und willkommen zu einem neuen Video von Assassin's Creed ich mache auch jetzt gerade einen live stream auf instagram, also ich kann sagen dass ihr das Video schon gesehen habt das fühlt sich so komisch an, so richtig komisch einfach rufen wir mal unser Pferd, ja man kann auch reiten im Spiel, richtig cool ja, ah, da steht es ja schon ach du scheiße alter, ach du scheiße so was können wir denn gerade machen für eine Mission, machen wir mal auf die Quest, machen wir mal eine Hauptmission ja, ich spiele gerade ein Pferd Spiel ja, ich spiele gerade ein Pferd Spiel nein, ähm, das ist ein Zepferd Spiel Mann, ey, das ist richtig komisch ja, wie gehts noch ich spiele gerade was stimmt, ich spiele gerade alter, was ist denn scheiße was mach ich hier, Alter, was mach ich hier das ist eigentlich ein wirklich komisches Gefühl machst du Videos, das ganze macht ja dich ja wieder machst du so ein Live-Stream ich habe ja auch noch mal verkert mit dem Umgang noch diese Cäsar, hi Cäsar ja ich probier mal was aus ok wir laufen falsch Cäsar die Montaglieder Schule wie lustig Wunderbar, dass sie fortfragen wir wissen das genau auf der Karte ah da ist es, wir laufen die ganze Zeit im Kreis so viel Alter wie viele Zuschauer jetzt habe ich nicht gerechnet Joti danke cool die alle zuschaut yo wir haben ja immer wieder halt du darf halt ne halt ich nicht an ne warte warte na scheiß soll ich da hier hier sollte ich ja mach erstmal schaden fach also das ist alles Sperrgebiet oder was ach du heilige scheiße wie groß ist denn die Basis hier ach du heilige scheiße ne große Basis hier nicht ablenken nicht ablenken das nicht vielen Zuschauer die Kaderast können wir so oben decken ja man geil das ist grad langweilig das ist grad langweilig fach da kann ich nicht durch fach 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 wir wurden entdeckt egal wir haben gute Waffen fach fach alter das kommt richtig viele alter ob wir das schaffen wer weiß ob es hier sicher ist hey es gibt Ärger die sehen es einfach nicht klingt nach Ärger wer auch immer glaubt der könne es mit uns aufnehmen hört sich nach rumgucken du wirst bluten hörst du haben wir ausgescheitert die merken uns einfach nicht die sehen uns einfach nicht merken uns einfach nicht guck deutsch aber wir leveln halt zugleich noch ein bisschen das Spiel ist schon ein bisschen brutal für mich alter wie wir die einfach alles erst stichen da 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 verdammt du bist kein schöner anblick und riechen tust du auch nicht gut das Spiel ist vorbei echt hier sind was für ne kranke Fäsche hier ist ist mir richtig krass hier hat's auch nicht gesehen der Sposton hier aber komm ruhig her, komm ruhig her, komm ruhig her, trau dich, ja trau dich, ja trau dich Alter, einer mit einer geheimen Klinge erstochen Was? Fuck, Alter, ich hab dich nicht gesehen Was? Oha, oha Jetzt kommen alle, jetzt kommen alle, jetzt kommen alle, jetzt ist alles geschnitzt Oha 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 Huh Oha Don't Oha 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 Also das Spiel sah ab 16 sogar, nicht mal ab 18. Ich reiß dir die Eingeweide aus! Alter, was? What the fuck, Alter? Jetzt kommt alle, jetzt seid ich schlecht, Alter. Können wir das hüten? Alter, mit nem Pfeil, ihr seid ja mies, Alter. Mies, seid ihr denn geschehen? Da bist du ja! Vielleicht gibt's doch wieder Musik nach dem Tag. Wir müssen aufholen, da! Ich muss die Musik nehmen. Headshot. Ey, das ist so beinig. Hey, Bugs! Hey, Bugs! Hey, Bugs! Hey, Bugs! Können wir selber das? Oh, ich bleibe dann halt an Können fahren. Dann weiß ich jetzt das. Wir sind bei Level 14. Oh, da ist ja auch noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Schade ist ein Fässer als unsere Waffe. Immer diese Tiertöter hier. Guck, hier liegt ein totaler Tiger. Hier liegt ein totaler Löwe. Hier liegt ein totaler Tiger. Ein weißer Tiger sogar. D, oder? D, oder? D, oder? Also, jetzt gehen wir gar nicht. Dann weiß ich ihn natürlich nicht. Äh, ja. Was ist jetzt? D, oder? D, oder? D, oder? D, oder? D, oder? Oh, das sieht auch aus? Wir sind falsch. Cool. Oh, noch jemand. Das hört sich gut. Oh, cool. D, oder so heißt. Ich liest Deutsch. Ich Afrikanisch. Also, ey, das ist so fein. Ich mache YouTube Videos, das ist voll in Ordnung für mich, aber zum Size streamen, das ist so... nichts nichts alles in Ordnung, alles in Ordnung. Chill dein Leben, ich werde dich jetzt nur umbringen, aber chill dein Leben. Verarsch. Wiener wird selber. Reaviyan Vogel cool, in trade redden. Reaviyan Vogel cool, intervierter den. Es ist so viel mich interessiert, das ist krank alter. Jaaa Ich füge auch gleich, ich füge mich auch gleich Oh ja, ich füge mich nicht, ich füge mich nicht, ich füge mich nicht Oh oh, ich füge mich Was ist das? Ja, hey, hey, was? Hey Was? Okay, das ist gut Oh na, ein bisschen Oh, und, ich füge mich nicht, ich füge mich nicht Oh, ich füge mich nicht Nein, ich füge mich nicht und in die eier Entschuldigung, wick, wick. Ab jeden Fall aus Teil 16. Spiel ist aber schlecht, wenn du nicht brach sind. Find ich auch schon irgendwie krass. Komm doch her. Ich hab nur so ein Spezialmisch gemacht. Der Kerl ist also so vorbei. Jetzt kommen einige Leute zu dir. 12, da muss man. 10. Oha. So, äh. Hey, was? Okay, wir müssen einfach weg hoch. Irgendwo anders sein. Was müssen wir denn hin? Ja, wir müssen einfach weg. Ja. Untersuche die Kamera des Königs. Wer ist die Schlange vor? Das ist bei der Untersuchung. Aber wir müssen aufpassen. Komm nicht hier hoch, oder? Komm nicht hier hoch. Wir müssen weg. Dann werden wir nochmal weg. Wir müssen weg hoch. Wir müssen nach oben weg. Jetzt werden wir das untersuchen. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Eine Leiter. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Die Truhe ist zu, oder? Sieht wichtig aus. Verschlossen. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Jetzt hat alle noch zu. Ja, wir gehen weiter. Ah, da unten ist noch was zu liegen. Ja, 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 da unten ist noch was zu liegen. ein schlüssel auf youtube sieht man das dann natürlich auch in bessere grafik und so wenn es irgendwann mal auf youtube kommen also das ist nicht die grafik die diese truhe gehört dem königlichen schreiber eodoros ein doppelter boden alter boden der pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere marionette sei vorsichtig in sie war der mord am reihe war nur der erste zwei von uns hier in alexandria wurden auch bereits ermordet wie auch immer wir haben hier alles unter kontrolle genadius verhört bereits aktiv die bevölkerung wir schätzen deine mühen liebes langes leben gestempelt mit dem siegel der schlange die schlange ist die eodoros der palast schreiber ja sagte der königliche schreiber wäre oft im badehaus dort werde ich die naked hier geht ihr die eodoros töten level-up auf gut hey was tut er denn das ja mann was 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 hey was was das war's stirb reiß dir die eingeweide aus ja junge das war mit dir aber das war mit dir total hei hey 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 sterb du wamm ich bin dein wamm ich bin dein wamm ich bin ich nicht ok vielleicht vielleicht ich bin ich nicht dumm ich bin ich nicht hm auf die einen schauen und andere wie gesagt es kommt auf youtube mit bessere karten und so könnt ihr auch mal vorbeischauen wenn ihr wollt war du bist muss man mal überlegen ich bin ja auch auf unter center wo ich bin live und drüber waffen wie war das habe ich um unter Da bist du ja! Ja, da bin ich. das kann ich eigentlich gar nicht tun, aber ich kann ja nicht hey sterb du warm hier ist es unter 16 und ich hab 18 Wie viel sollen wir noch? Wir können raus suchen. Ok, wo muss ich hin? Da. Wo ist denn das? Ist es außerhalb der... Oh, da ist noch ein Krieg. Oder? Ne. Also da lassen wir hier das Gebiet. Was? Was? Das ist ein richtig lustiges Spiel. Macht richtig Bock. Was? Das ist ein richtig lustiges Spiel. Ich bin jetzt gerade bei mir drückt. Hey, warte. Oh, dann ist das nicht jetzt der 10. Oder wenn wir das aufnehmen haben. Ich würde sagen, wir machen aber im nächsten Part weiter. Also die Livestreams sehen, die sehen jetzt noch wie es weiter geht. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt kurze Pause. Nachdem wir den hier besiegt haben. Hä? 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 Hey! Hey! Also ich würde gerne... Alles liked das Video, wenn ihr wollt. Habt fun. Peace out. Effe. Hallo. Und... Alter, gucken einfach alle meine Freunde zu, oder viele meiner Freunde zu. Geil. Ich hab nur 15. Äh. Nein, Spaß. Viele meiner Freunde... Ey, das ist richtig dumm, was ich hier eigentlich mache. Okay, ähm. Wir kommen zum neuen Part von Assassin's Creed. Wir müssen jetzt hier die Plätze verlassen. Ohne aufzuzahlen. Hab ich gesagt, der war gut. Du spielst die Frage. Gewalt. Tätig. Nimm uns nochmal die Monition mit. Nimm uns nochmal die Monition mit. Nimm uns voll cool, ist auch gut. Hey, was? Okay, liegt vielleicht daran, dass es ja live spielt, aber... Das hätte er eigentlich jetzt... Ey, dieser Verlass ist riesig. Wir sind ja vorhin auch reingekommen. Wie gesagt, ich spiele auch andere Spiele, wie GTA, oder... Farquay, oder... Arc, da könnt ihr gerne auch mitspielen. Das müssten wir raus sein. So, jetzt rufen wir unser schönes Pferd. Nicht unser Kamele. Im Kamele haben wir auch gekriegt. Und alle gucken, ob sie ist ja geil. Der auch Pferd, wo bist du? Ah, da ist er. Mach' Rett, das ist gewann… Such gegen dieses Badehaus! Es gibt keinen Namen nicht ausbilden. Such gegen dieses Badehaus! Okay, hab ich verstanden! Wo ist unser Badehaus? Jetzt müssen wir jetzt beide sagen, sonst lassen wir die Nähe gesucht haben. schwarzer bildschirm soll ich häufiger machen ich bin immer noch erstaunlich für meine verhältnisse krank in der schwarzer in schwarzer in schwarzer in Heute ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr. Halt! Bleib stehen! Der Tollemeyer ist ein willloser Schwächling. Simonides, mein Herr, du hast es so angemessen bedient. Du dann! Halt! Wie kommen wir da rein? Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Das wollte ich nicht. Oh, unser Arsch. Das haben wir als Tage. Ich will nur runter. Perfekt. Das war jetzt leicht. Das war jetzt wirklich... Oh mein Gott, das ist real-time Arsch. Jetzt mach doch endlich! Verfluhen dich, die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lüge. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Er erinnert mich an den Fuß, oder? Ja. Du! Sohn von Apophis. Der Herr, der du hat, erwartet dich. Der Herr, der du hat, erwartet dich. Das werde ich noch irgendwo suchen. Ist der da hoch? Aber er war doch so schön! Er war doch so schön! Alles klar. Hey, hast du das gehört? Du bist ein wachsamer, Bruder. Ich denke dich. Alles gut, Fielers. Wir haben nur ein bisschen rumgefettert. Wir sind aus dem Aas-Moyles. Noch nichts! Du bist ein Aas-Moyles. 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 Gut, ich würd sagen, das war's mit der Folge. Ich bin M1Fund und dann kommt unser Arter.